Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren XRP Update Video. Es ist wieder Freitag, wir blicken auf den Charts, auf die wichtigen News, auf den Chart natürlich auch und schauen uns an, wo könnte Ripple in den nächsten Tagen hingehen. Letzte Woche haben wir schönen Support gefunden in dem Bereich, wo wir darüber gesprochen haben bei 0,49 US-Dollar-Cent. Jetzt kommen wir so langsam wieder in unseren Widerstandsbereich. Bedeutet das möglicherweise, dass wir einen weiteren Abverkauf sehen oder gibt es Hoffnung für einen weiteren Pump? Das werden wir uns auf jeden Fall anschauen, doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein, der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung und weiterhin gilt natürlich auch, wenn ihr Bock habt, hört euch gerne unseren Podcast an. Heute kommt die neue Folge raus mit einem kleinen Q&A, dann gerne auf Spotify, Deezer, was weiß ich, was es alles gibt mittlerweile. Hört euch den gerne an und gerne auch eine gute Bewertung da lassen. Also vielen, vielen Dank für euren Support und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die XRP-Analyse. Momentan, wie gesagt, traden wir bei knapp 0,51 US-Dollar-Cent. Wir haben uns eben aus diesem Tief hier bei 0,49 US-Dollar-Cent Anfang der Woche erholt. Sehr, sehr schöne Reaktion hier unten gezeigt. Kein tieferes Tief, auch ganz, ganz wichtig, haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, nachdem wir uns von Abtrend hier verlassen haben, den wir jetzt mal wegmachen können. Dann ging es hier darum, hier ist unser letztes Tief gewesen. Hätten wir dieses unterschritten mit einem Stunden-Close oder vier Stunden-Close, hätten wir technisch gesehen ein tieferes Tief gebildet. So können wir immer noch sagen, auch wenn wir keine richtige Linie mehr als Support haben, wir haben strukturell kein tieferes Tief und jetzt kommt es eben darauf an, schaffen wir ein höheres Hoch, um diese gesamte Aufwärtsstruktur kurzfristig noch weiter halten zu können. Und da blicken wir jetzt eben gerade mal rein. Wir sehen, wir tun uns etwas schwer. Nachdem Bitcoin gestern gepumpt hat, wer das Video von heute Morgen gesehen hat, gerne nochmal reinschauen. Wir haben so ungefähr die gleiche Chartstruktur. Wir haben hier noch nicht dieses höhere Hoch geschafft, dafür müsste Ripple bei 0,5111 rüberkommen. Wir sind rübergekommen, aber nur mit einem Wig und haben danach eine richtig ugly Candle hinterlassen. Und das wollen wir nicht sehen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir jetzt in den nächsten Stunden, wenn wir uns das FIP-Level jetzt einfach mal ziehen, nochmal einen kleinen Rücksetzer sehen. Und dieser könnte uns dann bei ungefähr 0,50 US-Dollar-Cent drohen. Wäre aber nicht verkehrt, weil wir dann im Endeffekt hier nochmal versuchen würden, ein höheres Tief zu bilden und von hier aus dann nochmal einen neuen Anlauf starten könnten. Wichtig ist aber, und das seht ihr jetzt vielleicht auch schon, dafür gehen wir mal ganz kurz in den Daily-Timeframe und schauen uns das Ganze mal an. Ich mache das FIP-Level wieder weg. Wichtig ist, dass wir über unser Golden Pocket hier drüber kommen. Weil das ist das Level, wo wir vor, jetzt muss ich nochmal gucken, vor knapp zwei Wochen oder eineinhalb Wochen rejected worden sind. Wir haben es nicht darüber geschafft. Und ihr seht diese gelbe Linie. Das sind unsere wichtigsten Widerstände. Ansonsten bewegen wir uns hier in einer sehr engen Range mit Fake-Out nach unten, mit Fake-Out nach oben. Aber da müssen wir rüberkommen. Sobald wir die 0,52 US-Dollar-Cent nach oben hin durchbrochen haben mit einem Daily-Close, mit auch dann einem technisch gesehen höheren Hoch, können wir es schaffen, wirklich so, wie wir es letzte Woche darüber besprochen haben, dass wir zumindest mal die 0,54 angreifen. Im Best-Case sogar auf Daily-Sicht hier oben Richtung 0,57 US-Dollar-Cent pumpen. Und da wäre dann auch so gegebenenfalls mal ein neues Short-Ziel. Ist aber noch zu früh, sich hier drüber Gedanken zu machen. Wir müssten jetzt erst einmal, und das steht nämlich auch hier, wenn ihr das auf dem Daily seht, wir hatten gerade hier das Golden Pocket bei 0,50. Und es wäre perfekter Einklang hier auch mit unserer Daily-Demand-Zone, beziehungsweise mit unserem Daily-Order-Block. Würde sehr, sehr gut passen. Wir haben so langsam diese Range, wird immer mit weniger Volumen gefüllt. Also es kommt immer weniger Volumen in den Markt. Die Ranges werden enger, weil auch hier, wenn wir das jetzt uns mal angucken, diese Widerstands-Ranges mit dem Order-Block, wird immer enger, zieht sich alles immer enger zusammen. Das Volumen deutlich zurückgehend könnte das darauf hindeuten, das sollten wir heute das Golden Pocket oder jetzt übers Wochenende das Golden Pocket halten und von hier aus einen schönen impulsiven Move nach oben hin bekommen, dass wir wirklich es schaffen, diese Range nach oben hin zu durchbrechen. Also es sieht grundsätzlich nicht bearish aus. Brechen wir natürlich das Golden Pocket nach unten hin, dann werden wir sehr, sehr wahrscheinlich nochmal hier Richtung 0,45 oder sogar 0,42 US-Dollar-Cent fallen. Das wäre auch die bearish-Variante weiterhin. Auch wenn wir dann pumpen sollten in Richtung 0,57, würde ich von solchen Kursen noch nicht sagen, dass wir die nie wieder sehen. Also da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Ich habe immer wieder dazu gesagt, diese Wigs werden früher oder später gefüllt. Da bleibe ich auch erstmal noch der Meinung, auch wenn wir hier schon wieder nachgekauft haben. Seid da einfach vorsichtig. Natürlich nicht in den Überhype jetzt wieder kommen, nur weil wir auf 0,57 US-Dollar-Cent steigen könnten. Gehen wir mal ganz kurz rüber zu den News und zwar Ripple-Team holt sich politische Verstärkung im SEC-Kampf. Ich habe glaube ich letzte Woche gelesen, 200 Millionen US-Dollar hat dieses ganze Gerichtsverfahren schon gekostet. Was da alles an Kohle hinten dran steckt, was es am Ende bringt, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall holt sich hier Ripple wieder ein bisschen Verstärkung und ihr wisst, ich teile normalerweise keine Chart-Analysen. Aber XRP und so viel Werbung ist sowieso, ach du Scheiße, das war vorhin noch nicht. XRP-Kurs, aktuell ist der XRP-Kurs überbewertet. Ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt und die einzige Begründung war hier einfach der RSI. Also gebt euch hier nicht irgendwie, nur weil der RSI hoch ist, sondern ist halt immer die Frage, ja auf welchem Timeframe wir sind hier auf Daily, da ist der RSI auf 50. Also absolut neutral, hier vom Artikel wird von 70 gesprochen. Es kann ja nur im 1-Stunden-Timeframe sagen, natürlich ist Ripple oder auch andere Kryptowährungen, macht euch da keine Gedanken, immer mal überbewertet auf dem 1-Stunden-Timeframe. Das hat aber nichts mit Überbewertung zu tun, weil der 1-Stunden-Timeframe, da kann ich auch den einen Minuten und dann jede Minute einen Artikel posten, ey, wir sind überbewertet, jetzt sind wir unterbewertet. Absolutes Clickbait, Leute, lest euch das einfach nicht durch, was da im Endeffekt geschrieben ist, macht euch keine Gedanken. Wir sind auf Daily-Sicht noch absolut im neutralen Bereich. Das wollte ich einfach nur nochmal dazu sagen und ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und ja, dann Podcasts anhören. Wir hören uns nächste Woche zum XRP-Update-Video, ansonsten morgen Bitcoin-Update-Video. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay quick.